Musik Guck dir die Stoßstange an, das ist der Stoßstange. Nicht so ein Plastikkacke wie heute. Der Straßenkreuzer hier ist ein Cadillac Coupé de Ville Baujahr 1957. Andreas Winkler in seiner Werkstatt in Zotzenbach im Odenwald. Der Mann ist ein einheimisches Gewächs. Er lebt schon immer in Zotzenbach. Und er lebt auch schon immer für Autos. Für Schlitten, die in den Filmen vor 60 Jahren auf den Boulevards kreuzen. Und auch die vielen anderen Autos vergangener Tage. Die liebt er. Das ist wunderbar. Es gibt doch nichts Schöneres, als mit solchen schönen Fahrzeugen so Geld zu verdienen. Das ist doch super. Ich konnte die schönsten Autos fahren, die es gibt auf der Welt. Cadillac, Ferrari, Lamborghini, Porsche, AMG, Mercedes, Rolls-Royce, Lincoln, Mini-Coupé, Nde, 2CV, R4, weiße Teufel was. Da ist einer, der in seiner Arbeit aufgeht. Schlosser war er früher mal bei einer Baumaschinenfirma. Vor mehr als 25 Jahren begann er dann diese Werkstatt aufzubauen. Er nimmt hier nicht nur irgendwelche Reparaturen an, nur die von ihm die Jahre gekommenen Schönheiten. Die neuen Autos, die von heute, kann er gar nicht selbst reparieren. Seinen eigenen Sprinter musste er auch schon in eine andere Werkstatt bringen. Ich hatte da jetzt ein Problem letztes Jahr mit dem elektronischen Gaspedal. Warum man sowas braucht, weiß ich nicht. Die Autos haben halt Stenge oder Graszug, die hat halt ein elektronisches Gaspedal. Und da war was kaputt, dann musste neue Software aufgespült werden, dann ist es auch wieder gelaufen. Kann ich nicht, will ich auch gar nicht können. Zotzenbach ist klein, etwas mehr als 2000 Einwohner. Da läuft man sie schon mal über den Weg. Die Fotografin Nicole Zimmer ist auch in Zotzenbach zu Hause und wollte etwas repariert haben. Ich war unterwegs und treffe ihn auf der Straße im Ort. Habe ich ihn angehauen, habe gesagt, hör zu. Gib eine alte Vespa im Keller, wäre das was, was du reparieren kannst. Er hat mir sofort angeboten, sofort mitzukommen. Dann sage ich, oh, da kommen die Vorlauf. Irgendwann kam es und er hat sie geholt, repariert. Ich habe ihn kennengelernt und dann war es auch schon ganz klar. Als Typ richtig prägnant, als Charaktermodel etwas Besonderes. Nicole hat eine ganze Fotoserie mit ihm aufgelegt. Und dann stand da noch dieser Oldtimer in der Werkstatt. Da lässt sich was inszenieren, Al Capone. Das ist doch ein Riesen-Gaudi, so was zu machen. Gerade die Sache mit dem 1934 Opel-Rekord als Mafiosi. Abends in der Dämmerung. Das war super. Das hat unheimlich Spaß gemacht. Man wird es nicht glauben. Aber daraus wird mal ein richtiges Auto, das auf den Straßen fährt. Es ist ein Opel Bitter aus den frühen 80er Jahren. Wenn der hier mal fertig ist, wird er den Kunden vielleicht 80.000 Euro gekostet haben. Der Verkaufswert wird den Marktwert weit überschreiten. Da frage ich mich aber auch schon, wer macht so was? Hat er das Ding im Keller gefunden? Nein, das ist sein Auto und er will es halt wieder haben. Ja, es hat viel zu können. Zurück zur Nobel-Karossa aus den 50ern. Denn Cadillac Coupé de Ville, edles Teil, nichts für die Schotterpiste. Und tritt das Gaspedal nicht durch. Das ist ja auch kein Auto, um schnell zu fahren. Das hat gar nicht das Fahrwerk dazu. Die Bremse, die Lenkung. Das ist eigentlich mehr eine Sänfte, eine Sänfte mit viel Kubik. Die Sänfte schluckt mindestens 25 Liter auf 100 Kilometer. Jetzt wollen wir doch noch wissen, wie das denn so klingt. Machen wir den Kameraden mal zum Leben erwecken. Wenn es unter der Motorhaube so satt blubbert, klingt das für Andreas Winkler wie Musik. Rock'n'Roll. Servolenkung, Fremskraftverstärker, alles drin. 舞台 met Vielen Dank.